Ich begrüße euch zu meinem 19. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Arbeit und Soziales. Der Mindestlohn und dessen Einführung war in Deutschland eine wichtige Entscheidung. Es ist aber gleichermaßen ein Schandfleck, dass so etwas wie der Mindestlohn überhaupt nötig ist und vielmehr, dass es Arbeitnehmer gibt, die nur nach diesem Mindestlohn vergütet werden. Gewerkschaften haben sich gebildet, um sich für Arbeitnehmer einzusetzen, auch für gute Löhne und Gehälter. Mittlerweile arbeiten Gewerkschaften mehr für den eigenen Profit anstelle für ordentliche Arbeitsbedingungen. Unter diesen Umständen kann man das Kapitel Gewerkschaften abhaken. Traurig wie beim Mindestlohn, dass sie überhaupt vonnöten waren. Und als sie gebraucht wurden, als sich zum Beispiel der Niedriglohnsektor etabliert hat, wo waren die Gewerkschaften da? Dieses ist mit Sicherheit nicht im Interesse der Arbeitnehmerschaft gewesen. Vor gerade mal 50 Jahren konnte ein Alleinverdiener mit einem Einkommen eine fünfköpfige Familie ernähren und hatte noch genug finanzielle Mittel, um eine Immobilie bauen oder kaufen zu können und für die Rente vorzusorgen. Ein Urlaub für die ganze Familie war ebenfalls möglich. Heute müssen in einem Haushalt mit zwei Personen beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen, teilweise mit mehreren Anstellungen, um überhaupt genug zu essen auf dem Tisch zu haben. An Rentenvorsorge oder den Aufbau von Vermögen, geschweige Wohneigentum, ist es gar nicht zu denken. Kinder führen viele dann noch in weitere finanzielle Probleme. Ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der sieht, dass hier etwas schief läuft. Zum Thema Familie wird es noch ein gesondertes Video geben. Selbst einige in Vollzeit berufstätige Angestellte müssen ihren Lohn, den sie bekommen, durch Hilfe zum Lebensunterhalt aufstocken. Wieso gibt es so viele Arbeitgeber, die so wenig Selbstachtung und Anstand besitzen, dass sie die Arbeitskraft ihrer Angestellten nicht ordentlich bezahlen? Bei einer 20-Stunden-Woche müsste ein Alleinverdiener zumindest in der Lage sein, eine dreiköpfige Familie zu ernähren. Vollzeit entsprechend mehr. Gut, dass es den Mindestlohn gibt, aber schändlich für manche Arbeitgeber, dass er nötig ist. Wer eine Arbeitsleistung einkauft, muss sie auch entsprechend bezahlen. Werden Angestellte und Arbeiter nicht so entlohnt, dass diese auch als Alleinverdiener eine Familie ernähren können, ist es eine Schande für den Arbeitgeber anzusehen. Auf den Rücken von minderbezahlten Arbeitskräften zu wirtschaften, ist Ausbeutung und somit unmoralisch. Ein Arbeitgeber, der seine Angestellten nicht richtig bezahlen kann, führt auch kein erfolgreiches Unternehmen. Arbeitnehmer, die nicht richtig entlohnt werden, sollten das Recht haben, ohne Sanktionen befürchten zu müssen, einem Arbeitgeber die Arbeitsleistung zu versagen. Um noch mehr einzusparen, gehen manche Unternehmen hin, anstelle einer Festanstellung und setzen auf Leiharbeit. Diese aus meiner Sicht Versklavung der Neuzeit müsste dringend angepasst werden. Zum einen müsste ein Leiharbeiter, da er auch viel flexibler sein muss als Festangestellte, mindestens das doppelte verdienen im Vergleich zur Stammbelegschaft. Bedauerlicherweise übersteigt deren tatsächliches Einkommen nur selten den Mindestlohn. Es darf aber keine dauerhafte Ersparnis für den Unternehmer sein, wenn anstelle der Festanstellung Leiharbeiter gebucht werden. Einen Leiharbeiter sechs Monate zu halten, muss dem Arbeitgeber mindestens so viel kosten wie einen Festangestellten in zwei Jahren. Dann würden auch wieder mehr Festanstellungen stattfinden. Ein sich eingeschlichener Virus in den Arbeitsmarkt sind die Minijobs und Minijobzentralen. Ein fester Lohn von 450 Euro im Monat wird ausgezahlt und abhängig von der Höhe des Mindestlohns darf nur immer weniger Leistung erbracht werden. Vernünftiger wäre, die Pauschalentlohnung immer so anzupassen, dass sie für zwölf Arbeitsstunden im Monat ausreichend ist. Arbeitgeber von Minijobbern zahlen an die Minijobzentrale Beiträge an die Krankenversicherung. Jedoch sind Minijobber nicht versichert. Diese geleistete Zahlung steht dem Arbeitnehmer demnach nicht zur Verfügung. Genauso ist die Verpflichtung, private und selbstgesuchte Haushaltshilfen oder Putzkräfte über diese Minijobzentralen anmelden zu müssen, ein Eingriff in die Freiheit einer jeden einzelnen Privatperson. Ich halte es für unangebracht, Kosten zu verursachen für einen Arbeitnehmer oder eine Privatperson, die sich privat jemand zur Hilfe der Haushaltsführung sucht und für diesen Versicherungsleisten zu entrichten, wenn der Arbeitnehmer nichts davon hat. Diese Mehrkosten wären als leistungsorientierter Bonus für den Minijobber erheblich besser investiert. Bei dem Schiefstand, wenn es um Arbeit geht, wundert es nicht, dass es Potenzial für Missbrauch fördert. Der unvergleichbare Sozialstaat, wie er in Deutschland aufgebaut wurde, ist eine Errungenschaft, für die wir in vielen Ländern beneidet werden. Im Grunde ist es in Deutschland für keinen Menschen nötig, Hunger zu leiden. Wer seinen Lebensunterhalt nicht durch Arbeit aufbringen kann, wird vom Staat unterstützt. Durch Anstellungen im Niedriglohnsektor können auch Personen, die zwar arbeiten, oftmals ihren Lebensunterhalt nicht mehr aufbringen. Auch hier bietet der Staat eine Möglichkeit, dass diese Personen zumindest das soziale Minimum auf der Tasche und ein Dach über den Kopf haben können. Soweit ist die soziale Absicherung eine gute Idee. Leider gibt es auch hier die sogenannten schwarzen Schafe. Personen, die das System zu ihren eigenen Vorteilen ausnutzen. Ist es fair, schließlich werden hier Steuergelder verwendet, wenn Personen offen bekannt geben, dass sie nicht arbeiten wollen, da diese finanziell vom Staat unterstützt werden, Sollten Personen, die arbeitsfähig sind, nicht immer bemüht sein, ihren Teil für dieses System beizutragen, ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. Wenn Bürger sich bemühen, eine Arbeit zu bekommen, es aber nicht klappt, sollte der Staat Hilfe zum Lebensunterhalt gewähren. Genauso, wenn Personen aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Arbeit fähig sind. Wenn jedoch jemand seine Vorstellungsgespräche strategisch so gestaltet, dass ihn kein Arbeitgeber anstellen will, jemand, sobald er angestellt ist, mehr Krankenfehltage aufweist, als anwesend zu sein, sozusagen krank ohne krank zu sein, jedes Jobangebot ablehnt oder einfach kundtut, nicht arbeiten zu wollen, sollte diesen Personen jedwede Sozialleistung gestrichen werden. Es ist traurig, dass die Hilfe zum Lebensunterhalt so hoch ist, dass überhaupt die Überlegung möglich ist, ob es sich lohnt zu arbeiten oder lieber nur zu kassieren. Oder liegt es an zu niedrigen Löhnen und Gehältern, dass dieses Gedankengut möglich ist? Ich gehe davon aus, dass es ein Teil von beidem ist. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Ich würde mich hören, ist da auch ein toilet. Ich würde dich hören, ich werde euch Cyberpunk 2stellern. Ich würde mich hören, wenn euch in dieserucci